Das Knattern des Motors, der leichte Benzingeruch und ein Gefühl von Freiheit. Für viele haben Oldtimer eine ganz besondere Faszination. In Hohengären haben sich zum zweiten Mal Oldtimer-Freunde zur Schurwald Classic getroffen. 600 historische Fahrzeuge waren entlang der Ortsdurchfahrt aufgestellt. Ein großer Andrang für ein kleines Dorf. Da mussten die Fans bei der Einfahrt teilweise eine Dreiviertelstunde warten. Was bei dem Unterhaltungsprogramm aber kein Problem war. Letztes Jahr startete der Bund der Selbstständigen die Veranstaltung. In Zukunft soll sie im Zweijahresrhythmus stattfinden.